Hallo, hier bin ich wieder. Mein Name ist Britta Roscher und ich habe eine kleine Einspielübung, ein Warming Up, für euch zusammengestellt. Es ist der gleiche Loop wie beim letzten Mal, aber ich benutze diesmal nur wenig Töne. Insgesamt fünf. A, H, D, E, Fis. Also es kommen nur diese fünf Töne in der ganzen Übung vor. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt ihr. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Musik 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 Und da sind wir auch schon wieder durch. Ich hoffe es hat gut geklappt und ihr konntet immer in die Pausen rein spielen und es gibt ja wie immer eine Pause-Taste und man kann auch Sachen zurückspulen und nochmal probieren. Ich hoffe ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!